Bei diesem Hammer-Outfit muss Heidi Klum aber ganz vorsichtig sein. Bei den Grammys zeigte sich das Model in diesem gefährlich knappen Kleid von The Blondes. Hier darf nichts verrutschen. Das eng anliegende goldene Kleid mit Goldketten-Details legt den Fokus vor allem auf Heidis Dekolleté, welches wohl bei einer falschen Bewegung rausfallen könnte. Ganz schön sexy. Die Blondine trägt zu diesem heißen Kleid passende High Heels und Armbänder. Ihre Haare trägt sie in leichten Beachwellen. Auf dem roten Teppich der Preisverleihung zeigt sie sich mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz, der sich im Gegensatz zu seiner Frau schlicht zeigt. In einem schwarzen Anzug samt schwarzem offenen Hemd zeigt er sich bei der Veranstaltung in Los Angeles. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde vomellschaun.